Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf dem Deichhof von Kolle, den Ultramapper. Ja, ja, ihr seht's, wir sind noch am Ballen vorn und wird auch noch sich ein bisschen hinziehen. Wir müssen ja doch unser Heuner von der Wiese kriegen, denn ja, wäre schön, wenn wir ihn noch gekalkt kriegen und dann müssten wir düngen, vielleicht jetzt dann unser Ares durch mit Fräsen, Spatulieren, wie auch immer. Ne, nennen wir es so. Das wäre ganz cool, das war ja Sinn und Zweck des Zieles, dass unsere Flächen für den nächsten Monat sozusagen vorbereitet sind, weil wir wollen dann ja häxeln und können säen und so und dann haben wir ja nicht so viel Zeit, wenn wir häxeln, tut mir leid. Noch kein Redeflow, bin zu früh aufgestanden. Ne, ich habe das Problem immer, wenn die Uhr umgestellt wird, bin ich, ist mein Körper immer noch im Rhythmus, ja. Und dann bin ich jetzt halt wieder eine Stunde eher wach. Und da brauche ich auch kein Wecker stellen und nichts. Ich habe mal eine Zeit, wo ich wach werde und das ist immer so, egal wann ich ins Bett gehe. Und jetzt ist es wieder in sechs Wochen rumgehampelt mit dieser alten Zeitumstellung. Anstatt dass sie jetzt mal wirklich eine Zeit nehmen, nee, das wäre ja zu viel verloren. Da können wir ja besser noch ein paar Jährchen so rumhampeln. Ich glaube, früher ist das eingeführt worden, um Energie zu sparen oder warum war das nicht mal? Ist das gar nicht, aber so langsam ist das auch mal an der Zeit, dass man das ändern könnte wieder. Oh, eine Zeit behalten. Ja, schön, ne? Ich weiß ja nicht, wie euch das geht. Wahrscheinlich habt ihr da keine Probleme mit. Ich habe da richtig mal lassen, wenn wir mit dieser Zeitumstellung jedes Mal. So, guck mal. Den haben wir drüpp. Das läuft schon mal, ne? Dann bin ich ja schon mal tippitoppi zufrieden. Dass wir da an Stüssel sind, ne? Ja, 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 ja. Ja, Regen ist coming, ne? Zumindest bei uns ist es noch gar nicht hell, ne? Ich glaube, es ist schon halb neun. Was willst du machen? Das ist halt so, ne? Oh, ich habe den falsch gepiekt. Ich blöde, ne? Wir müssen gleich jeden nochmal andersrum pieken. Die laden hier jetzt auf der anderen Seite. Ja, ja. Hat man den Koffer, da hat man den Tank. Ist halt so, ne? Sagen wir, wie es ist. Ich glaube, wir kommen aber nicht mit einmal vorn hin, ey. Ich kann den Wagen jetzt auch nicht so voll klentern. Oder wir machen den Wagen voll. Und holen den mit einem anderen Schlepper ab. Wenn wir den mit dem GT nicht mehr von der Fläche kriegen. Das würde auch gehen. Den Yondai habe ich wieder zurückgegeben, ne? Ist ein schöner Schlepper. Aber, ja, weiß nicht. Weiß ich nicht. Ne, war nicht so mein Ding. Also bin ich ganz ehrlich. Weil es kein Shifter ist oder so. Ja. Kann man geteilter Meinung sein. Aber ich mag gerne ein Shifter fangen, ne? Bin ja auch ganz ehrlich. Hat so beim Ballenladen, ne? Kupplung treten, Gas geben. Das ist doch schon... Was Feines. Sagen wir, wie es ist, ne? Ist so. So, Mölle. Guck mal, guck mal. Uh, 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 uh. Längsam, Svenny. Nicht immer ist es Sport nicht. Ist nicht so günstig. Ja, deswegen kann ich zu viele sein. Aber ist es gut, dass wir so viele Ballen noch haben, ne? Wie gesagt, wir brauchen ja auch noch Zeug für unsere Schafe. Deswegen. Gucken wir mal. Wie wir das alle hinkriegen, ne? Obwohl ich ja jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht, wie wir das hinkriegen. Weil ich mir auch noch gar nicht jetzt so einen Kopf gemäht habe, wenn der 25er rauskommt. Welches Projekt bleibt, welches Projekt geht. Ich bin ja ganz ehrlich, muss ich mir auch mal so langsam Gedanken drum machen. Viele machen ja schon gar nicht mehr Alice 22. Die sind ja jetzt schon alle im 25er-Modus. Und machen gar kein Content im Moment, ne? Ich habe noch keinen Plan, wie ich das gestalten werde, wenn der 25er draußen ist. Ich bin da ganz ehrlich. Müssen wir mal schauen. Die Holzer-Map würde ich auf jeden Fall ganz gerne weiterspielen. Da bin ich auch ganz ehrlich. Die Eifel muss ich gucken. Die wird wahrscheinlich zwischendurch immer noch so laufen. Ja, 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 weiß ich noch nicht. Wie gesagt, kein Plan, ne? Jetzt warten wir erst mal auf den 12.11. Ja, die bestimmten Dienste sein, ne? Ich habe noch nicht nachgeguckt, bis der LS da ist. Und dann entscheiden wir. So ist zumindest kaum meine Denkensweise. Weil ich da echt keinen Plan habe. Wie ich das gestalten werde. Nicht so einfach, ne? Wenn du so unentschlossen bist, wie der Svenny. Was der ja eigentlich taktisch klug immer kann. Sich unentschlossen zu äußern. Dann ist das nicht so einfach. Ich sollte die vielleicht mal ein bisschen tiefer pieken, ne? Können wir die besser aufladen? Hätte echt Vorteile. So, guck mal. Pieken wir den da. Guck mal, der mich höher. Guck mal, der Salon, ey. Wie kriegen die trotzdem nicht alle mit? Ich fang mal direkt an zu rutschen. Tippitoppi. Das finde ich ja nicht so lustig. Oh ja, was willst du machen? So. Mit der Salon. Kannst gleich nach draußen in den Gorn. Was lauf wegmachen? Ey Junge, den ganzen Tag ist man nur an Lauf wegmachen, ne? Geht euch das auch so? Oder habt ihr da Glück? Naja. Außerdem regnet es glaube ich auch schon. Aber das ist halt so, ne? Irgendwas ist immer. Wenn du ein Haus hast. Sagen wir es mal ganz einfach so. Wir müssen halt andere Sachen auch mal zurückstecken, ne? Aber das werden die Leute von euch bestimmt kennen, die selbst Hausbesitzer sind, ne? Das ist nicht immer so einfällig. Oh ja. Guck mal, tritt man die Kupplung durch, dann hält der auch an der Schlepper. Perfekto. Wie gesagt, der Toi kommt zu den Schafen. Da die auch ordentlich was zu mümmeln haben über den Winter, ne? Oh. Ne, passt da doch. Warum ist die andere denn da gerutscht? Kann mir auch keiner sagen, ne? Ich weiß auch nicht. Zwei, vier... Schick. Bleibt eine Balle über. Hm. Wir müssen uns da piepen. Tatsache. Bleibt eine Balle über. Ja, hoffentlich kriegen wir die da hinten draufgelegt. Aber sonst haben wir ein Problem justen. Vier. Ja, bleibt eine über. Sieben Stück sind noch da. Uncool. Oh, die haben die immer nicht gepiept. Ja, ein bisschen Concentration. Klappt. So soll es sein, ne? Die Pike ist nicht so schön zum Laden, ne? Die ist nicht so schlecht wie die... Wie die Zinken stehen. Muss man auch mal... Sagen, wie es ist. Guck mal. So bei der alten Pike. Ja, jetzt stehen sie gerade. Schwierig zu sehen, ne? Ja, aber... Muss man durch. Ich hätte hier auch die andere nehmen können, aber die ist noch am anderen Frontlader. Und der... Steht auf den Hoh. Ohne Ares. Deswegen nehmen wir die Pike. Schwuppdi-Wii, schwuppdi-Woo, schwuppdi-da-da-da. Ja, ja, ja. Guck mal. So. Kommen wir da so rum. Ja. Weißt du, wie ich vor's gemacht hier. Hat Kalle bestimmt berechnet, als sie diese Wiese hier hingemacht hat. Das will ich mit der Bolle da nochmal rumfahren müssen. Das passt hier exakt immer. Ja. Hier rumgekurbelt, ne? Mit dem Lenkrad. Ich weiß echt kaum nichts zu erzählen. Ich hab das morgens immer, dass ich keine Redefloh hab. Ich wollte erst meine Sachen fertig machen. Dann geh ich nach draußen und dann mach da meine Sachen fertig. Und dann sehen wir weiter, ne? Mach ich ja immer so. Ich weiß nicht, warum das geht. Man weiß ja nicht, was der Tag alles so bringt, ne? Nee, ich hab eben schon Stomp gemacht. Ich muss, äh, Base reparieren, Fahrzeuge bewegen, ne? Macht man halt. Und da ich gestern das vergessen hatte, hab ich das heute Morgen als erstes gemerkt. Ich hab's nämlich gestern wirklich vergessen. Weil sonst... Die spawnt das da irgendwann, ne? Und die Base reparieren und so. Muss man ja alles machen, ne? Das hatte ich gerade gemerkt. Und dann hab ich gedacht, wenn der Computer jetzt an ist, bevor ich nach draußen gehe, mach ich jetzt mal ein Video, dass das fertig ist, ne? Ja, ja. So, jetzt hab ich genug Blödsinn erzählt. Nee, ich weiß nichts zu erzählen. Ich weiß wirklich nichts. Warten wir mal so Tage, ne? Ja. Ist man nicht so... Oder ich hab die leider oft. Dass ich dann nicht weiß, was ich erzählen soll. Hey, Pass. Hast du gesehen? Hoffentlich geht die anderen auch noch da drauf. Dann sind wir nämlich safe. Wenn wir dann dann gespannt noch zum Hof kriegen, sind wir gut. So, wie ist das? Aber dann haben wir das auch erledigt, ne? Was tippitoppi ist. Wie gesagt, schmeißen wir das Hull gleich unter. Da. Weil wir brauchen es ja eigentlich bei der Schafe, ne? Bevor da gesät ist und alles. Wie ist sie schon schon... Nein! Nee. Dann musste ja auch irgendwas passieren, ne? Wieso ist die Balle jetzt umgefallen? Boah, ich könnte ja schon wieder vor Freude in den Asphalt beißen. So viel zum Thema. Wir sind gleich durch. Es... Es ist ein Kraus. Achso, ich muss auch Vorwärtsgang reinmachen. Dann fährt der Schlepper auch vorwärts. Chikra. Diese Balle hat ihn nicht geplant. Man, man, man. Ich war so glücklich, dass ich alle Ballen mitkriege. Und jetzt stehe ich da mit dem Malheur. Naja, laden wir es nochmal auf. Ist ja kein Problem für uns. Das ist nevig, ne? Wenn du denkst, du hast es... Ja. Dann sagt das Spiel, nein, Sveni, du weißt, es ist noch nicht geschafft. Ich glaube, ich nehme erst den hier. So. Wir picken den eben ab. Laden den da eben drauf. Oh. Das war... ...unschuld. Jetzt nehmen wir den. Schmeißen den da drauf. Mal hoffen, dass das funktioniert. Funktioniert. Man könnte jetzt natürlich ein Spanggut rummachen, ne? Das wäre ja viel zu einfach. Junge, das sehe ich aber gar nicht. Bleib da jetzt bitte mal liegen. Das wäre so ille von Tüß von dir. Vorne ist Klicksal. So picken wir den eben um. Versuchen, den richtigen Gang reinzumachen. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, wie wir das... Wie ich das plane. So, wenn ich jetzt ein paar Fahrerskills hättest, hätten wir da vielleicht vernünftig dran fahren können, ne? Schnell die Balle geholt und dann abflogen. Hoffentlich kommen wir meinen Hof an. Tippi Toppi Tippi Toppi Tippi Toppi Tippi Toppi. Noch damit sind sie alle drauf. Das läuft. Aber, liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs zu gucken bis hierhin. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich ja echt über ein Däumchen freuen. Bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.